So Freunde, heute sind wir hier am Vogelsee unterwegs, in aller Frühe, ist noch ziemlich frisch, hat noch einen Reif. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so alles vor die Linze bekommen, freue mich, wenn er mitgeht. Auf geht's! Ja, dann gucken wir mal, was wir hier. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier. Ja Freunde, dann sind wir mit unserer Tour von heute wieder durch. Ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen, habt die Natur genossen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like. Und bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ciao, euer Heinz.